Ja, wir starten unsere Wanderung jetzt in Liebenthal. Mal gucken. Heute liegen einige Kilometer vor uns. Der Auftakt hier ist schon mal toll. Das ist ein Klettergarten. Und jetzt geht es gleich los. Die Wanderung jetzt in Liebenthal. Die Wanderung. Die Wanderung. Die Wanderung. Die Wanderung. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020